Louis Althusser Der Staat Die marxistische Tradition ist eindeutig. Der Staat wird vom Manifest und vom 18. Bromäer an und in allen späteren klassischen Texten vor allem von Marx über die Pariser Kommune und von Lenin über Staat und Revolution explizit als repressiver Apparat verstanden. Der Staat ist eine Unterdrückungsmaschine, die es den herrschenden Klassen, im 19. Jahrhundert der Bourgeoisie und der Klasse der Großgrundbesitzer, erlaubt, ihre Herrschaft über die Arbeiterklasse zu sichern, um sie dem Prozess der Erpressung des Mehrwerts, d.h. der kapitalistischen Ausbeutung, zu unterwerfen. Der Staat ist dabei vor allem das, was die Klassiker des Marxismus als Staatsapparat bezeichnet haben. Man versteht unter diesem Begriff nicht nur den spezialisierten Apparat im engeren Sinne, dessen Existenz und Notwendigkeit wir ausgehend von der juristischen Praxis erkannt haben, d.h. die Polizei, die Gerichte, die Gefängnisse, sondern auch die Armee, die das Proletariat hat diese Erfahrung mit seinem Blut bezahlen müssen, direkt eingreift als ergänzende repressive Macht in letzter Instanz, wenn die Polizei und ihre spezialisierten Hilfstruppen von den Ereignissen überrollt werden. In dieser Weise dargelegt berührt die marxistisch-leninistische Theorie des Staates das Wesentliche und es kann keinen Augenblick ein Zweifel darüber bestehen, dass man sich bewusst werden muss, dass dies wirklich das Wesentliche ist. Der Staatsapparat, der den Staat definiert als repressive Ausführungs- und Interventionsmacht im Dienste der herrschenden Klassen, im Klassenkampf, den die Bourgeoisie und ihre Verbündeten gegen das Proletariat führen, ist in der Tat der Staat und definiert in der Tat seine grundlegende Funktion. Von der beschreibenden Theorie zur Theorie im eigentlichen Sinne Jedoch auch hier bleibt, wie wir es bereits über die Metapher vom Gebäude, Basis und Überbau gesagt haben, die Darlegung der Natur des Staates zum Teil beschreibend. Da wir dieses Adjektiv beschreibend noch öfters benutzen werden, sind ein paar Worte der Erklärung zur Vermeidung jeglicher Missverständnisse notwendig. Wenn wir von der Metapher des Gebäudes oder der marxistischen Theorie des Staates sagen, dass es beschreibende Konzeptionen oder Vorstellungen ihres Gegenstandes sind, so haben wir dabei keinen kritischen Hintergrundgedanken. Wir haben vielmehr allen Grund zu glauben, dass die großen wissenschaftlichen Entdeckungen nicht vermeiden können, durch die Phase einer, wie wir es nennen werden, beschreibenden Theorie zu gehen. Das wäre die erste Phase jeder Theorie, zumindest auf dem Gebiet, das uns beschäftigt, dem der Wissenschaft von den Gesellschaftsformationen. Als solche sollte man, unserer Meinung nach muss man es, diese Phase als eine Übergangsphase begreifen, die notwendig ist zur Entwicklung der Theorie. Dass sie vorübergehend ist, kennzeichnen wir mit unserem Ausdruck beschreibende Theorie, indem wir in der Verbindung der Begriffe, die wir benutzen, so etwas wie einen Widerspruch auftreten lassen. Der Begriff Theorie beißt sich nämlich zum Teil mit dem Adjektiv beschreibend, das mit ihm gekoppelt ist. Das soll bedeuten, erstens, dass die beschreibende Theorie wirklich und ohne jeden möglichen Zweifel der Beginn ohne Rückkehr der Theorie ist, aber zweitens, dass die beschreibende Form, in der sich die Theorie darstellt, vermittelt es, der diesem Widerspruch eigenen Wirksamkeit eine Entwicklung der Theorie erfordert, die über die Form der Beschreibung hinausgeht. Konkretisieren wir unseren Gedanken, indem wir zu unserem vorliegenden Gegenstand zurückkehren, dem Staat. Wenn wir sagen, dass die marxistische Theorie des Staates, die uns vorliegt, zum Teil beschreibend bleibt, so heißt das zunächst und vor allem, dass diese beschreibende Theorie ohne jeden möglichen Zweifel der wirkliche Beginn der marxistischen Staatstheorie ist und dass dieser Beginn uns das Wesentliche gibt, d.h. das entscheidende Prinzip für jede spätere Entwicklung der Theorie. Wir behaupten in der Tat, dass die beschreibende Staatstheorie richtig ist, weil man ohne weiteres die große Mehrzahl der zu beobachtenden Fakten des Bereichs, den sie betrifft, in Entsprechung bringen kann zu der Definition, die sie von ihrem Gegenstand gibt. Die Definition des Staates als Klassenstaat, der als unterdrückender Staatsapparat existiert, erklärt in der Tat auf bahnbrechende Weise alle zu beobachtenden Fakten der verschiedenen Formen der Repression, auf welchem Gebiet auch immer, von den Massakern im Juni 1848 und der Pariser Kommune, vom Blutsonntag im Mai 1905 in Petrograd, von der Resistanz von Charon und so weiter, bis zu den einfachen und relativ harmlosen Eingriffen einer Zensur, die die Nonne von Diderot verbietet, oder ein Stück von Gatti über Franco. Sie erklärt alle direkten oder indirekten Formen der Ausbeutung und der Ausrottung der Volksmassen, die imperialistischen Kriege. Sie erklärt jene subtile tagtägliche Beherrschung, wo zum Beispiel in den Formen der politischen Demokratie das aufbricht, was Lenin mit den Worten von Marx als Diktatur der Bourgeoisie bezeichnet hat. Jedoch stellt die beschreibende Staatstheorie eine Phase der Konstituierung der Theorie dar, die ihrerseits ihre Aufhebung fordert. Denn es ist klar, dass auch wenn die angegebene Definition uns in der Tat die Mittel gibt, die Unterdrückungsmaßnahmen zu identifizieren und wiederzuerkennen und sie auf den Staat, der als unterdrückender Staatsapparat konzipiert ist, zu beziehen, so schafft doch dieses in Beziehung setzen eine besondere Art der Evidenz, auf die wir in wenigen Augenblicken zurückkommen werden. Ja, so ist es, das ist sehr wahr. Außerdem bringt die Ansammlung von Fakten unter der Definition des Staates, auch wenn sie diese vielfältig illustriert, die Definition des Staates nicht wirklich voran, das heißt seine wissenschaftliche Theorie. Jede beschreibende Theorie läuft auf diese Weise Gefahr, die unbedingt notwendige Entwicklung der Theorie zu blockieren. Deshalb meinen wir, dass es, um diese beschreibende Theorie zu einer Theorie im eigentlichen Sinne zu entwickeln, das heißt, um tiefgreifender die Mechanismen des Staates in ihrer Funktionsweise zu verstehen, unbedingt notwendig ist, etwas der klassischen Definition des Staates als Staatsapparat hinzuzufügen. Das Wesentliche der Marxistischen Staatstheorie Fassen wir zunächst einen wichtigen Punkt genauer. Der Staat und seine Existenz in seinem Apparat haben nur einen Sinn in Bezug auf die Staatsmacht. Der ganze politische Klassenkampf dreht sich um den Staat. Verstehen wir uns richtig, um den Besitz, das heißt die Eroberung und die Verteidigung der Staatsmacht durch eine bestimmte Klasse oder ein Bündnis von Klassen oder Fraktionen von Klassen. Diese erste Präzisierung zwingt uns also zu unterscheiden zwischen der Staatsmacht, Verteidigung der Staatsmacht oder Eroberung der Staatsmacht, dem Ziel des politischen Klassenkampfes einerseits und dem Staatsapparat andererseits. Wir wissen, dass der Staatsapparat intakt bleiben kann, wie es die bürgerlichen Revolutionen des 19. Jahrhunderts in Frankreich 1830-1848 oder die Staatsstreiche der 2. Dezember 1851 Mai 1958 oder die Zusammenbrüche des Staates, Zusammenbruch des Kaiserreichs 1870, Zusammenbruch der Dritten Republik 1940 oder das politische Aufkommen der Klein-Bourgeoisie 1890-95 in Frankreich und so weiter beweisen, ohne dass der Staatsapparat davon berührt oder verändert wird. Er kann intakt bleiben bei politischen Ereignissen, die den Besitz der Staatsmacht betreffen. Selbst nach einer sozialen Revolution wie der von 1917 ist ein großer Teil des Staatsapparates intakt geblieben, trotz der Eroberung der Staatsmacht durch das Bündnis des Proletariats mit der armen Bauernschaft. Lenin hat es oft genug betont. Man kann sagen, dass diese Unterscheidung zwischen Staatsmacht und Staatsapparat ein Teil der marxistischen Theorie des Staates ist, in expliziter Form seit dem 18. Brumaire und den Klassenkämpfen in Frankreich von Marx. Um in dieser Frage die marxistische Staatstheorie zusammenzufassen, können wir sagen, dass die Klassiker des Marxismus immer behauptet haben, erstens, der Staat ist der repressive Staatsapparat. Zweitens, man muss die Staatsmacht vom Staatsapparat unterscheiden. Und drittens, das Ziel des Klassenkampfes betrifft die Staatsmacht und in der Folge die Verwendung des Staatsapparates durch die Klassen oder ein Bündnis von Klassen oder von Fraktionen von Klassen. Die Staatsmacht innehaben auf der Grundlage ihrer Klassenziele. Und viertens, das Proletariat muss die Staatsmacht erobern, um den bestehenden bürgerlichen Staatsapparat zu zerschlagen. Es muss ihn in einer ersten Phase durch einen völlig anderen proletarischen Staatsapparat ersetzen und dann in den späteren Phasen einen radikalen Prozess einleiten, nämlich den der Zerstörung des Staates, Ende der Staatsmacht und jedes Staatsapparates. Die marxistischen Klassiker haben faktisch, das heißt in ihrer politischen Praxis, den Staat als eine komplexere Realität behandelt, als es die durch die marxistische Staatstheorie gegebene Definition tut, selbst wenn sie in der eben dargelegten Weise vervollständigt ist. Sie haben diese Komplexität in der Praxis anerkannt, aber sie nicht in einer entsprechenden Theorie zum Ausdruck gebracht. Wir wollen versuchen, schematisch diese entsprechende Theorie zu skizzieren, deshalb schlagen wir folgende These vor. Die ideologischen Staatsapparate Man muss also der marxistischen Staatstheorie etwas anderes hinzufügen. Wir müssen hier vorsichtig vorgehen auf einem Gebiet, auf dem uns zwar die marxistischen Klassiker schon seit langem vorausgegangen sind, aber ohne in einer theoretischen Form die entscheidenden Fortschritte, die ihre Erfahrung und ihr Vorgehen beinhalten, systematisiert zu haben. Ihre Erfahrungen und ihr Vorgehen blieben nämlich vor allem auf das Gebiet der politischen Praxis beschränkt. Ist es unbedingt notwendig, nicht nur die Unterscheidung zwischen Staatsmacht und Staatsapparat zu berücksichtigen, sondern auch eine andere Realität, die offensichtlich auf der Seite des repressiven Staatsapparates steht, aber nicht mit ihm identisch ist? Wir werden diese Realität mit ihrem Begriff bezeichnen, die ideologischen Staatsapparate. Was sind die ideologischen Staatsapparate, kurz ISA? Sie sind nicht identisch mit dem repressiven Staatsapparat. Erinnern wir daran, dass in der marxistischen Theorie der Staatsapparat, Abkürzung SA, folgendes umfasst, die Regierung, die Verwaltung, die Armee, die Polizei, die Gerichte, die Gefängnisse und so weiter. Die zusammen das bilden, was wir nunmehr den repressiven Staatsapparat nennen werden. Repressiv zeigt an, dass der Staatsapparat auf der Grundlage der Gewalt funktioniert, zumindest im Ernstfall, denn zum Beispiel die administrative Unterdrückung kann nicht physische Formen annehmen. Wir bezeichnen als ideologische Staatsapparate eine bestimmte Anzahl von Realitäten, die sich dem unmittelbaren Beobachter in Form von unterschiedlichen und spezialisierten Institutionen darbieten. Wir schlagen eine empirische Liste vor, die natürlich detailliert untersucht werden, erprobt, berichtigt und verändert werden muss. Bei allen Einschränkungen, die sich daraus ergeben, können wir im Augenblick folgende Institutionen als ideologische Staatsapparate bezeichnen. Die Reihenfolge der Aufzählung hat keine besondere Bedeutung. Der religiöse ISA, das System der verschiedenen Kirchen, der schulische ISA, das System der verschiedenen öffentlichen und privaten Bildungsinstitutionen, der familiäre ISA, der juristische ISA, der politische ISA, der politische ISA, das politische System, zu dem unter anderem die verschiedenen Parteien gehören, der gewerkschaftliche ISA, der ISA der Information, Presse, Radio, Fernsehen und so weiter. Der kulturelle ISA, Literatur, Kunst, Sport und so weiter. Wir sagen, die ISA sind nicht mit dem repressiven Staatsapparat identisch. Worin unterscheiden sie sich? Zunächst können wir beobachten, dass es einen repressiven Staatsapparat gibt gegenüber einer Vielzahl ideologischer Staatsapparate. Vorausgesetzt sie existiert, so ist die Einheit, die diese Vielzahl der ISA bildet, nicht unmittelbar sichtbar. Darüber hinaus können wir feststellen, dass während der einheitliche, repressive Staatsapparat ganz zum öffentlichen Sektor gehört, der größte Teil der ISA in ihrer scheinbaren Zerstreuung im Gegenteil dem privaten Sektor angehört. Privat sind die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaften, die Familien, einige Schulen, die Mehrzahl der Zeitungen, die kulturellen Unternehmungen und so weiter und so fort. Lassen wir unsere erste Beobachtung einen Augenblick beiseite. Aber man wird zweifellos die zweite aufgreifen, um zu fragen, mit welchem Recht ich als ideologische Staatsapparate Institutionen bezeichnen kann, die in ihrer Mehrzahl keinen öffentlichen Status besitzen, sondern ganz einfach private Institutionen sind. Als bewusster Marxist war Gramsci bereits mit einem Satz diesem Einwand zuvor gekommen. Die Unterscheidung zwischen dem öffentlichen und dem privaten ist eine Unterscheidung, die dem bürgerlichen Recht inne wohnt und die gültig ist bei untergeordneten Gebieten, wo das bürgerliche Recht seine Macht ausübt. Das Gebiet des Staates entzieht sich ihm, denn es steht über dem Recht. Der Staat, der Staat der herrschenden Klasse, ist weder öffentlich noch privat. Er ist vielmehr die Bedingung jeder Unterscheidung zwischen öffentlich und privat. Wiederholen wir das nun vom Standpunkt unserer ideologischen Staatsapparate. Es kümmert nicht, ob die Institutionen, die sie bilden, öffentlich oder privat sind. Entscheidend ist ihre Funktionsweise. Private Institutionen können durchaus als ideologische Staatsapparate funktionieren. Eine, ein wenig genauere Analyse eines beliebigen ISA würde genügen, um dies zu beweisen. Aber kommen wir zum Wesentlichen. Was die ideologischen Staatsapparate vom repressiven Staatsapparat unterscheidet, ist folgender grundlegender Unterschied. Der repressive Staatsapparat funktioniert auf der Grundlage der Gewalt, während die ideologischen Staatsapparate auf der Grundlage der Ideologie funktionieren. Wir können dies genauer formulieren, indem wir diese Unterscheidung berichtigen. Wir sagen daher, dass jeder Staatsapparat, ob er nun repressiv oder ideologisch sei, zugleich auf der Grundlage der Gewalt und der Ideologie funktioniert, aber mit einem sehr wichtigen Unterschied, der eine Verwechslung der ideologischen Staatsapparate mit dem repressiven Staatsapparat verbietet. Der repressive Staatsapparat funktioniert als solcher nämlich auf massive Weise in erster Linie auf der Grundlage der Repression, die physische, inbegriffen, während er nur in zweiter Linie auf der Grundlage der Ideologie arbeitet. Es gibt keinen rein repressiven Apparat. Beispiele, die Armee und die Polizei funktionieren auch auf der Grundlage der Ideologie, sowohl um ihren eigenen Zusammenhalt und ihre Reproduktion zu sichern, als auch mit den Werten, die sie nach außen propagieren. Ebenso muss man umgekehrt sagen, dass die ideologischen Staatsapparate auf massive Weise in erster Linie auf der Grundlage der Ideologie arbeiten, während sie aber in zweiter Linie auf der Grundlage der Repression arbeiten, auch wenn sie im Grenzfall, aber nur im Grenzfall sehr gemildert, versteckt, ja sogar symbolisch ist. Es gibt keinen rein ideologischen Apparat. Auf diese Weise dressieren die Schule und die Kirche mit entsprechenden Methoden der Strafe, des Ausschlusses, der Auswahl und so weiter nicht nur ihre Priester, sondern auch deren Pfarrkinder, ebenso die Familie, ebenso der kulturelle ideologische Staatsapparat, die Zensur, um nur sie zu nennen. Ist es nötig zu erwähnen, dass diese Determination eines doppelten Funktionierens in erster Linie und in zweiter Linie auf der Grundlage der Repression und der Ideologie, je nachdem, ob es sich um den repressiven Staatsapparat oder die ideologischen Staatsapparate handelt, es erlaubt zu verstehen, wie sich ständig sehr subtile, offen ausgesprochen oder stillschweigende Verbindungen knüpfen zwischen der Bewegung des repressiven Staatsapparates und der Bewegung der ideologischen Staatsapparate. Das tägliche Leben bietet uns zahllose Beispiele, die man jedoch im Detail wird studieren müssen, um über diese einfache Beobachtung hinaus zu gehen. Diese Bemerkung bringt uns jedoch auf die Spur, um zu verstehen, was die Einheit des angeblich disparaten Systems der ISA ausmacht. Wenn die ISA auf massive Weise in erster Linie auf der Grundlage der Ideologie funktionieren, so wird ihre Unterschiedlichkeit durch diese Funktionsweise selbst vereinheitlicht, in dem Maße, wie die Ideologie, auf deren Grundlage sie funktionieren, trotz ihrer Vielfältigkeit und ihrer Widersprüche immer faktisch vereinheitlicht wird unter der herrschenden Ideologie, die diejenigen der herrschenden Klasse die Staatsmacht innehat, in einer offenen Form oder häufiger vermittelt eines Bündnisses von Klassen oder von Fraktionen von Klassen ist. Wenn wir davon ausgehen wollen, dass im Prinzip die herrschende Klasse und insofern über den repressiven Staatsapparat verfügt, so können wir annehmen, dass die gleiche herrschende Klasse aktiv wird in den ideologischen Staatsapparaten in dem Maße, in dem letztlich durch ihre eigenen Widersprüche hindurch die herrschende Ideologie in den ideologischen Staatsapparaten realisiert wird. Natürlich ist es etwas völlig anderes, ob man mit Hilfe von Gesetzen und Dekreten im repressiven Staatsapparat vorgeht oder ob man vermittels der herrschenden Ideologie in den ideologischen Staatsapparaten vorgeht. Man wird diesen Unterschied detailliert untersuchen müssen, aber er wird dennoch nicht das Bestreben einer grundlegenden Identität verbergen können. Unseres Wissens kann keine herrschende Klasse dauerhaft die Staatsmacht innehaben, ohne gleichzeitig ihre Hegemonie über und in den ideologischen Staatsapparaten auszuüben. Ich will nur ein Beispiel und einen Beweis bringen. Die brennende Sorge Lenins, unter anderem den schulischen ideologischen Staatsapparat zu revolutionieren, um dem sowjetischen Proletariat, das die Staatsmacht erobert hatte, überhaupt die Zukunft der Diktatur des Proletariats zu sichern, sowie den Übergang zum Sozialismus. Diese letzte Bemerkung versetzt uns in die Lage zu verstehen, warum die ideologischen Staatsapparate nicht nur der Einsatz, sondern auch der Ort des Klassenkampfes und oft äußerst harter Form des Klassenkampfes sind. Diejenige Klasse bzw. Bündnis von Klassen, die an der Macht ist, herrscht nicht so leicht in den ISA wie im repressiven Staatsapparat. Nicht nur, weil dort die ehemaligen herrschenden Klassen noch lange starke Positionen behalten können, sondern auch, weil der Widerstand der ausgebeuteten Klassen dort die Mittel und die Gelegenheit finden kann, sich Gehör zu verschaffen, entweder indem sie die dort existierenden Widersprüche nutzen oder indem sie sich Kampfpositionen erobern. Fassen wir unsere Bemerkungen zusammen. Wenn die These, die wir vorgebracht haben, begründet ist, so müssen wir die klassische marxistische Staatstheorie wieder aufnehmen, wobei wir einen Punkt präzisieren müssen. Wir sagen, dass man unterscheiden muss zwischen der Staatsmacht und ihrem Besitz durch einerseits und dem Staatsapparat andererseits. Aber wir fügen hinzu, dass der Staatsapparat zwei Bereiche umfasst. Einerseits den Bereich der Institutionen, die den repressiven Staatsapparat darstellen, und andererseits den Bereich der Institutionen, die den Bereich der ideologischen Staatsapparate darstellen. Aber wenn dem so ist, kommt man nicht darum herum, sich folgende Frage zu stellen, trotz des noch sehr summarischen Charakters unserer Hinweise. Welches ist genau das Maß für die Rolle der ideologischen Staatsapparate? Was kann wohl die Grundlage für ihre Bedeutung sein? Mit anderen Worten, worin besteht die Funktion dieser ideologischen Staatsapparate, die nicht auf der Grundlage der Repression funktionieren, sondern der Ideologie?